Herzlich willkommen zu den SHK-TV Nachrichten. Marktforscher Arno Klöp gibt Prognosen für SHK-Branche 2017 ab, Andreas Müller mit der Führung der Amtsgeschäfte des ZVSHK betraut, Konrad Werning wird neuer Geschäftsführer bei der ARGE Neu Medien und Weiland legt Grundstein zum neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum. Mit welchen Zahlen kann die SHK-Branche in 2017 rechnen? Hierzu gab der Marktforscher Arno Klöp mit seiner Unternehmensberatung Querschießer auf dem Trendkongress seine Prognose ab. Für 2017 prognostizieren wir im Bereich Sanitär vor der Wand ein ordentliches Wachstum von 3 bis 5 Prozent. Also die Daten sind gut, Kaufkraft ist da, die Leute wollen neue Bäder, das wird laufen. Dadurch wird dann auch der Bereich der Rohenstation, also Trinkwasserleitungen etc. mitgezogen. Das wird auch im Plus landen, vielleicht nicht ganz so hoch wie Sanitär vor der Wand, aber auf jeden Fall im Plus. Im Bereich Wärmeerzeugung sieht es so aus, dass Brennwertgeräte wieder sehr stark laufen werden. Die erneuerbaren Systeme werden sich quälen ohne Ende. Wir haben keine Impulse aus dem Ölpreis, also das wird bitter. Also die Heizungsseite wird mit einer Nullrunde abschließen. Im Bereich Wärmeverteilung und Wärmeübertragung wird es so aussehen. Je näher am Kessel, desto besser. Weiter hinten schwierig. Das heißt, ich erwarte eigentlich noch ein auskömmliches Geschäft für Pumpen, Ventile, Verteiler. Aber ich sag mal, Heizkörper werden sich wieder quälen. Die Fußbodenheizung hat es besser, da ist der Neubau, Wohnungsbau, der unterstützt. Und so wird es sein. Also wir haben wieder ein Sanitärjahr vor uns und nicht so sehr ein Heizungsjahr. Auch mit der aktuellen Situation im SAK-Handwerk beschäftigte sich Arno Klöp. Die Interviews mit den Handwerkern zeigen, dass der Geschäftsverlauf in 2016 äußerst gut war. Die Handwerker sind ausgelastet, kennen wir ja aus anderen Publikationen, die haben gut zu tun. Unserer Einschätzung nach strömt mehr Nachfrage auf den Markt zu, als wir verarbeiten können. Niedrige Zinsen, Flucht im Betongold, demografischer Wandel, all das treibt die Kunden in die Branche. Mit anderen Worten, die Handwerker sind sehr zufrieden. Sie sind sehr zufrieden und wir können auch prognostizieren, dass das in 2017 so bleiben wird. Auf die Vertriebsschiene in der SAK-Branche kommen in 2017 große Herausforderungen zu. Ich erwarte eigentlich in den nächsten Monaten, ja Monaten kann man schon sagen, einen Konflikt. Wir haben auf der einen Seite deutliche Signale, dass wir ein erheblich größeres Nachfragepotenzial im Markt haben, als wir Montagekapazitäten haben. Die Industrie will dieses Potenzial umsetzen. Gleichzeitig verweisen die Handwerker mit Hinweise auf irgendwelche Online-Shops etc. Man möge doch bitte ihre Kreise nicht stören. Aber ich habe auch den Kollegen gesagt, immerhin Schönheit sterben Gärtnig. Die Handwerker müssen auch verstehen, dass die Industrie die Potenziale nutzen möchte. Das heißt, wie ich erwarte in den nächsten Monaten dringend Gespräche zwischen Industrie und Handwerk, bei denen geklärt wird, wie man missverständnisfrei gemeinsam noch an die Aufträge rankommt. Also eine Industrie, die jetzt nicht mit dem Handwerker ins Gespräch eintritt und versucht klarzumachen, dass die Aufträge an Land gezogen werden können, die wird sich nicht entwickeln können. Also es kommt zum Konflikt. Es kommt zum Konflikt. Also der Sattheitsgrad der Handwerker liegt deutlich höher als der Sattheitsgrad der Industrie. Also da müssen sich beide Branchenspieler bewegen. Und da werden auch neue Konzepte am Markt notwendig sein, die vielleicht heute mit dem Begriff Fachschiene nicht ganz abgedeckt werden können. Nach der Abberufung von Hauptgeschäftsführer Elmar Esser durch die Mitgliederversammlung des ZVSHK am 27. Oktober wurde der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Andreas Müller mit der Führung der Amtsgeschäfte des ZVSHK betraut. Elmar Esser ist mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt worden. Vizepräsident Friedrich Budde erklärte, dass Andreas Müller seit mehr als 20 Jahren einer der Top-Leistungsträger im Zentralverband sei und dass der ZVSHK seine Arbeit als oberste Interessenvertretung der SHK-Innungsbetriebe uneingeschränkt fortsetzen könne. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes der Arge Neue Medien haben mit Konrad Werning einen neuen Geschäftsführer gefunden. Doch so ganz neu ist es nicht. Werning war bereits von 1994 bis 2003 Geschäftsführer der Arge. Die Tätigkeit von Herrn Werning beginnt am 1. Februar 2017. Die Geschäftsführung der Weiland Group hat den Grundstein zum Neubau des Forschungs- und Entwicklungszentrums am Unternehmenshauptsitz in Remscheid gelegt. Insgesamt entstehen ein Testcenter mit einer Fläche von 9.000 Quadratmetern und zwei Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 14.500 Quadratmetern. Mit dem Zentrum wird man sich vor allem auf schonende Technologien konzentrieren, so Dr. Carsten Vogtländer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Weiland Group. Weiland steht seit über 140 Jahren für Innovation und mit diesem neuen Gebäude wollen wir manifestieren, dass wir weiter in Innovation investieren. Und die Entwicklung ist der Kern der Zukunft der Weiland Group für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Und deswegen wollen wir hier investieren. Nicht nur für das Unternehmen, auch für die Stadt Remscheid ist das Zentrum ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Es ist ein klares Ja des Unternehmens zu dem Standort Remscheid, in dem es ja auch entstanden ist. Es ist ein wichtiges Zeichen in die Wirtschaft hinein. Hier entstehen neue Arbeitsplätze, innovative Arbeitsplätze. Auch das ist ein wichtiges Zeichen, dass auch andere Unternehmen sehen, Forschung und Entwicklung ist hier möglich. Und Unternehmen können sich hier in dieser Stadt entwickeln und auch sich zukunftsorientiert ausrichten. Die Gesamtinvestition für die Errichtung des Zentrums liegt bei rund 54 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant. Das waren die SAK TV Nachrichten. Schalten Sie auch nächste Woche zu unseren Sendungen ein. Bis dahin. Tschüss.